Hallo meine lieben Freunde, Metro 2033, Redux geht nun weiter. Mein Name ist der U100 und wir sind jetzt hier stehen geblieben. Das hier ist Miller, der Chef, oder naja, so, das ist der Kopf, der Ranger. Und ja, er hat unsere Hilfe angeboten, nachdem der Rat der Polis, wir sind ja in der Polis angekommen, der Rat der Polis hat leider unsere Bitte abgelehnt, unserer Station zu helfen. Und ja, Miller will uns aber helfen, er lässt uns nicht allein in der Kacke sitzen und sein Plan ist es jetzt, in die Bibliothek vorzudringen und dort das alte Militärarchiv durchzusuchen, um Informationen rauszubekommen, wo ein Raketenkommando zentralen Angriff-Dingsbums ist. genannt D6. Und ja, ich weiß noch nicht ganz genau, was es eigentlich Raketen bringen sollen, wie die uns helfen sollen, die Station zu retten. Ich weiß nicht, hat er vor, ein Nosalis-Nest oder ein Mutanten-Nest irgendwie zu bombardieren oder so? Ich weiß noch nicht so, also rein logisch weiß ich nicht, wie uns das jetzt großartig helfen soll. Ja, schauen wir einfach mal, wir sind jetzt auf jeden Fall hier und wir sollen jetzt wieder zurück an die Oberfläche, beziehungsweise sollen wir jetzt in die Bibliothek und wie gesagt, dass die Informationen suchen, die uns eben weiterhelfen und das werden wir jetzt tun. Also eins kann ich euch sagen, die Bibliothek ist nicht ohne in diesem Spiel. Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert, aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften und ein Rudelraketen erwecken. Ah, okay. Ja, wir müssen das Geheimnis von D6 lüften. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Immer das Spiel ist eh grandios, einfach nur geil. Ich sollte eventuell die Gasmaske anziehen. So, natürlich verbraucht das jetzt wieder Filter. Ich hoffe, wir haben genug Filter dabei. Ich hoffe es wirklich, wenn nicht, dann sehen wir ganz schnell alt aus. Was haben wir denn hier an Waffen dabei? Nein, wir haben hier den Schalldämpfer, wir haben hier die Pfeilkanone. Allerdings nicht allzu viel Munition und den Revolver. Ja, scheiße, ich hasse euch. So, der Weg zu D6. Finden Sie den Geheimmilitärkomplex D6. Ali, treffen Sie sich mit Miller vor der Bibliothek. Alles klar, das ist jetzt... Das wollte ich ehrlich gesagt nicht. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Ich muss den Filter jetzt schon wechseln. Wie viel haben wir denn da noch? Ähm, mal lo? Ey, ich sag mir nicht, wir haben jetzt nur Filter für... ein paar Minütchen. Das wäre natürlich nicht so toll. Das wäre wirklich nicht so toll. Wir gucken uns hier natürlich etwas um. Ach du Scheiße, was war das denn? Oh Gott, ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Ich will hier nur irgendwie ein paar Filter abgreifen. Natürlich, Ratten leben immer noch. Verstrahlte Welt, aber die Ratten überleben das. Das ist für diese Viecher überhaupt kein Problem. Dann wird zugeeist. Okay. Da ist noch eine Leiche. So wie es aussieht, allerdings ohne Filter, ohne irgendjemand, irgendwas. Irgendjemand. Ich hoffe, wir werden hier nicht gleich wieder angegriffen von diesen Dingern. Ich weiß ja noch nicht mal wirklich, wo ich hin muss. Ich glaube aber, wir müssen wohl irgendwie... Okay, wir müssen nach Norden. Dann schauen wir mal, wie wir dort am besten hinkommen. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Ich denke mal, das hier ist der richtige... War ja sehr schwierig jetzt. Das war ja sehr schwierig jetzt. Oh oh. Oh oh. Unten ist eine Leiche... Alter. Lass mich doch in Ruhe. Okay, Gasmaske getauscht. Schlüssel nehmen. Sag mir nicht, die haben mich entdeckt. Sag mir nicht, die haben mich entdeckt hier. Darin scheint wohl nichts zu sein. Komme ich denn jetzt am besten wieder hier hoch? Oh oh. Oh oh. Ich laufe natürlich direkt. Äh? Lass mich verarschen. Noch ein anderes Feuerchen. Okay, wir haben Filter gefunden. Okay, hier können wir leider nur runter. Nicht wieder hoch. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Die haben uns also direkt angegriffen. Und das Blöde ist, ich habe leider keine richtige Waffe, um die abzuwehren so richtig. Außer eventuell mit dieser Waffe. Wir haben für die wenigstens relativ viel Munition. So, ich habe das Gefühl, hier könnte irgendwo... Oh nö. Das war ja sehr geil. Das war ja sehr, sehr geil. So, und ist hier nochmal irgendwo so eine Bombe? Nee, oder? Ich höre auf jeden Fall Schüsse. Das ist ja schon mal... Nicht allzu übel. So, der ist schon mal down. Der jetzt auch. Ja, wunderbar. Wow! Freundchen, wo kamst du denn her auf einmal? Ach du heilige Scheiße. Auch nicht schon wieder. Mann, die Filter gehen vielleicht schnell her. Das ist ja... Grausam ist das hier. Aber ich wollte ja unbedingt den Überlebensmodus spielen. So, hier haben wir nochmal eine Falle. Dann muss es da drin doch irgendwas geben, oder? Okay, Bomben. Sind wir gut ausgerüstet. Ein bisschen Mun. Eine vollkommen leere Leiche. Oh, Pfeile. Sehr gut. Und hier hätten wir eine AK. Ich will aber die AK nicht. Okay, weiter. Wir wollen zur Bibliothek. Der kommt mich bestimmt gleich angreifen. Ja, natürlich. Nein, 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 nein. Nicht mit mir. Oh, oh. Ach, komm. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Oh, die lehnen beide noch. Jetzt komm schon. Verdammt nochmal. Das reicht jetzt. So, wo geht es hier weiter? Da unten wahrscheinlich nicht. Okay, hier wahrscheinlich auch nicht. Da muss ich... Oh, nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Bibliothek. Wo ist die Bibliothek? Ist das hier die Bibliothek? Das sieht mir nach einer Bibliothek aus, ne? Könnte die Bibliothek sein. Oh, hier sind Saves. Da sieht man einer an. Filter. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. What the f... Noch mehr von denen. Muss ich mich verarschen. Nochmal einer. Nochmal einer. Komm, zielen. Okay. Mit Kim and Kong geht das doch besser also. Ich habe auch extra Fadenkreuz ausgeschalten, damit es halt ein bisschen interessanter bleibt. Was ist jetzt los? Ey, ich wollte mich doch verarschen, oder? Oh, nö. Nö, 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 nö. Verdammt nochmal. Oh. Komm schon. Mach keinen Scheiß. Hey, Leute. Lasst mich rein. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Ich laufe weg. Ich... Ich renne halt wie eine Pussy. Okay. Scheiße, nochmal. Ach, du heilige Scheiße. Ich habe nur noch einen Medipack. Uah. Komm schon. Miller. Ja. Miller, 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 Miller. Oh, da ist er. Da ist er. Endlich. Oh, da sind sie endlich. Ich habe keine Munition mehr für diese Waffe. Und für die habe ich eh schon wenig. Und für die habe ich auch wenig. Ihr seid vielleicht Helden. Was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Munition mehr. Lass mich doch nicht alleine stehen. Oh, guck mal hier. Hoffentlich hast du Munition bei. Filter hat er auf jeden Fall dabei. Gibt es hier noch mehr Munition? Was ist denn hier unten? Okay, da will ich nicht hin. Filter wechseln. Aua. Wir versuchen es mit Nahkampf. Ich habe gesagt, wir versuchen es nicht, dass wir es machen. Alter Scheiße. Das ist eine richtig miese Stelle, Leute. Hauptsache mich. Immer auf die kleinen Dicken. Immer auf die kleinen Dicken. Kommt schon. Wollen wir nicht lieber versuchen, in die Bibliothek zu kommen? Ich habe das Gefühl, dass hier... Ende tödlich. Natürlich. Noch mal, noch mal, noch mal. Hier, den da. Ach, der ist schon tot. Oh, Gott sei Dank. Was ist das? Bitte. Lass es das gewesen sein. Ja. Wo bist du da? Oh, Milla, endlich. Alter. Ich habe keine Munition mehr. Aber nichts habe ich mehr. Zehn Schuss habe ich noch für die Waffe. Ach, du Scheiße. Und wir kommen jetzt in die Bibel. Oh, ne. Oh, ne. Gehen wir, Leute. Ja, bitte. Bitte. Geht endlich rein. Oh, Scheiße. Danilo, passt außen ab. Wir gehen mit Artyom rein. Er sollte außen alleine bleiben, oder was? Okay, okay. Er kommt doch rein. Gut. Sehr gut. Hoffentlich. Ich bin nur schon drin. Komm, 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 komm. Okay, 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 okay. Ach du. Ach du Heilige. Die Tür. Ich muss die Tür oben aufmachen. Was ist eine Notiz? Erstmal lesen. Eintrag 2. Nein, sag mir nicht. Ich habe Eintrag 1 schon verpasst. Ich habe alle Bücher, die wir in der Station hatten, immer wieder gelesen, bis sie auch auseinanderfielen. Ich bin immer zu den Händlern geeilt, die von den weiter entfernten Stationen zurückkamen, um der Erste zu sein, der um ein paar alte Bücher feilschte, die sie mitgebracht hatten. Selbst wenn sie sonst niemanden haben wollte. Ich habe alles gelesen. Wenn man 60 Meter tief im Untergrund lebt, sind Bücher die einzigen Fenster in die Welt. Ich habe Bücher angebetet. Man kann sich also meine Gefühle vorstellen, die ich beim Anblick der großen Bibliothek hatte. Der Schrein zu allen wichtigen Büchern, die jemals in der Geschichte der Menschheit geschrieben wurden. Ich darf aber nicht den Grund vergessen, aus dem ich hierher gekommen bin. Wenn ich mich ablenken lasse und anfange, in den alten, halb zerfallenen Büchern zu lesen, wird die Bibliothek mich vollständig und für immer verschlingen. Das ist gut geschrieben. So, Munition. Wenn es hier wieder diese Viecher gibt, dann überleben wir hier nicht lange. Da ist schon wieder ein Safe, aber ich habe keinen Schlüssel. Okay, gehen wir einfach mal hoch und gucken, was passiert. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Was sind das für Dinge? Lass mich verarschen. Warum ist die Tür jetzt zugegangen? Was war denn das? Hallo? Ey, mir bleibt auch nichts anderes übrig, als dorthin zu gehen, oder? Ähm, war das jetzt richtig? Ich hoffe es mal. Ich kann mich an diese Dinger gar nicht erinnern. Ich denke mal, die meisten davon werden mich nicht mal berühren, wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht. Wow. Fuck, hier ist alles voll mit Spinnenweben. Oh Mann, hier sind noch mehr von den Dingern, ey. Komm, hör auf, rumzuzappeln jetzt. Ich sollte vielleicht keine Zeit verlieren. Und wer weiß, wie lange sie die Tür noch zuhalten können. Ach du Scheiße. Er verliert halt seinen Fuß. Oh, fuck you. Hab ich mich erschrocken. Ach du heilige Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Hab ich mich erschrocken. What the? Hallo? Oh oh. Oh oh. Okay, was soll ich jetzt machen? Jetzt bin ich hier. Und jetzt? Woll ich sie vielleicht aufschlagen? Ne. Okay. Okay, vielleicht ist mir irgendwas... Ah. Okay. Aber die Tür war doch vorher offen, oder nicht? Okay. Ey, holt ihr mich hier raus? Ah, okay. Jetzt endlich. Nicht weggehen. Wir kümmern uns auf dem Rückweg um euch. Haha, nur ein Scherz. Etwas länger? Und diese Bestien hätten uns zerfenzt. Gute Arbeit, Adjon. Ja. Danke. Oh, nicht schon wieder. Oh, diese Filter. Oh. Meins. Also, ich verschwende dafür keine Munition. Mit Gasmaske würden wir das eh nicht riechen. Hahaha. Ich hoffe, dass ich das gut genug mache. Ich komme hier halt eben nur nicht rein. Leider. Welche Räume soll ich denn dann erkunden gehen, bitte? Ähm. Vielleicht hier? Ne. Hier? Ne. Kann ich kaputt schießen? Ach. Hätte ich das mal früher gewusst. Okay, doch. Hätte ich das doch nur früher gewusst. Dort hinten atmet irgendwas. Hört sich an, als wäre das etwas größer ist. Was ist das für eine coole Waffe? Ach, das ist ein Bastard mit Schallwämpfer. Will ich nicht. Will ich nicht. Oh, nicht schon wieder Filter. Okay, sieht hier ja noch relativ ruhig aus. Jetzt müssen wir mal den Filter tauschen hier. Okay, ich kann das leider nicht aufschließen, Leute. Okay, Doki. Oh, dieses Gequietsche im Hintergrund macht mich so langsam verrückt. Und ich sehe jetzt auch gerade, dass ich eigentlich einen Cut machen muss, weil die Zeit schon rum ist. Scheiße, ich muss weiter. Und zwar alleine. Weil ich die Tür nicht aufkriege. Es sind doch Holztüren. Die wird man doch wohl irgendwie aufbrechen können. Ganz ehrlich. Gut, Leute. Bevor wir jetzt weitermachen, werde ich einen Cut machen, denn ich bin schon bei 22 Minuten. Und, ähm, ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein bisschen Feedback da. Mein Name ist Owein100. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.